Na ihr und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute die nächste Folge von Minecraft Datch Daffel 6 und ich glaube wir sind jetzt gerade bei Folge 52. Ihr habt mich gerade kurz erwischt beim Hausbau, weil ich dachte eben gerade so, warte mal, ich bin gerade allein zu Hause, ich muss eine Folge aufnehmen und ich baue gerade was. Komm, dann nimmst du mal auf und lädst es dann hoch. Genau, deswegen, wir bauen gerade das Dach für ein neues Haus und zwar ein Deko-Haus mal wieder, weil Deko-Häuser sind halt so gute Platzfüller. Dementsprechend muss man auch ein bisschen was bauen, weil ich hasse diese ganzen YouTuber, oder ich mag es nicht besser gesagt, werden die ganze Welt voller Farben klatschen, also voller Eisenfarben oder voller Mobfarben und so weiter hinklatschen. Aber nicht wirklich Häuser einbauen für die Deko. Und dann die ganze Welt so ausschaut, wie ein riesiges Industriegebiet, Industriegebäude oder, ja, wie ein riesiges Industriegebiet, sorry, so. Das meinte ich, Mensch. Und deswegen baue ich hier sehr viele Deko-Häuser, damit unser Dorf immer weiter wächst und auch größer wird, sag ich mal. Hier schon mal von unten, ich bin noch nicht fertig, keine Angst, ich muss noch ein bisschen was machen, speziell hier oben und dann sind wir auch schon fertig. Ich hab mal kurz, by the way, in der Schwiss... Scheiße, versprochen und verschluckt. Sorry, so, normales hier. Ich hab in der Schwiss... Ich kann nicht reden, what the fuck, bro. In der Zwischenzeit hab ich schon mal das Bürogebäude, das Rathaus, besser gesagt, dekoriert von innen. Und das zeige ich euch auch mal gleich, das zeige ich euch gleich so. Mensch, ich kann nicht reden, what the fuck, man. Auf jeden Fall, ne. Aber wir bauen erstmal kurz das hier zu Ende. Kommt hier oben ein Fenster hin. Und zwar so, genau. Ich weiß, es ist keine Weltschönheit, aber es soll einfach nur ein bisschen hier gut aussehen und den Platz füllen, sag ich mal. Mehr ist für das Haus auch nicht vorgesehen. Also da kommt jetzt keine Ahnung was hin. Es ist einfach nur ein Deko-Haus, wo ich halt ein bisschen bauen kann und ein bisschen den ganzen Platz hier füllen kann. Damit, wie gesagt, das Dorf weiter anwächst und wir irgendwann bestimmt ein Riesendorf haben, wenn nicht sogar schon Stadt. Aber eine Stadt ist für mich so mit Hochhäusern, mit großen Hotels und so weiter. Aber solche Riesensachen will ich gar nicht bauen, weil mir reicht ganz ehrlich schon das Rathaus da vorne. Als Projekt, also das große Projekt. Und davon noch Sachen zu bauen, die nochmal fünfmal größer sind. Ne, nicht mit mir. Also ich habe schon viel Bock auf Minecraft und auf Bauen, aber es gibt auch Grenzen. Es gibt Grenzen deswegen, ne. Genau. Erstmal hier oben, so ein Warteraum. Bisschen mit, na, wer ist das? Dekoration mit einem Wartezimmer, mit einer Wartebank. Äh, mit einem Warten. Ah, Mensch, zum Warten auf jeden Fall. So. Denn hier ist Büro. Bisschen noch leer, ich weiß, aber ein bisschen designt habe ich schon und so weiter. Und hier halt der Stuhl für die Gäste und hier mein, mein Büro. So, ne. Auf jeden Fall. Es war jetzt keine Weltschönheit, wie gesagt. Aber für mich, ganz ehrlich, ich bin ich der Dekorationsexperte, der da Sachen dekoriert, was kein anderer macht. Deswegen, ich bin, wie ich bin und ich bleib auch so, ja. Auf jeden Fall. Ich find's tatsächlich. Es ist gut geworden. Das Dach vom Rathaus sieht von Weitem weg und von manchen Perspektiven gar nicht mal so cool aus, sag ich mal, ne. Aber es ist so vollkommen ausreichend von daher. Und ich hab auch nicht wirklich Bock, das ganze Dach nochmal abzureißen und nochmal neu zu bauen. Deswegen, es bleibt auf jeden Fall jetzt so, ne. Also, so schlimm schaut es ja auch nicht aus. Dementsprechend, genau. Und ich hab ein bisschen Farm gefarmt, genau. Etwas Holz gefarmt. Und zwar ein bisschen die ganzen Fichtenbäume, die da standen. Hinten, da hinten. Äh, jetzt bräuchten wir das hier und brauchen kurz ein Heuballen, äh, für den Schornstein, ja. Weil ich will bei jedem Haus ein Schornstein, ein Schornstein hinbauen. Und umso größer das Haus wird, desto größer kommt der Schornstein, ja. Zum Beispiel die große Skopperfarm hat hier ein 2x2, ähm, Schornstein, ja. Das Rathaus, glaub ich, sogar auch. Ja. Also, 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 also halt die ganzen großen Gebäude. Bekommen halt auch ein großes Kamin. Ach, bekommen einen großen... Wow, mein Kopf ist wirklich tot, what the fuck, man. Bekommen auch einen großen Schornstein. So, das wollte ich jetzt sagen. Mann. Nehmen wir auch eigentlich auf. Wir sind schon wieder bei 5 Minuten. Ja, okay, ne, genau. Ähm, wo ist der verdammt... Dann... Ach. Ein Moment kurz. Ich müsste mal ganz kurz hier den Crafting Table mir ausleihen. So. Weil durch den, durch den Heuballen steigt der Rauch höher. Das heißt... Oh. Das heißt, man sieht mehr von Weitem weg. Und der ist halt höher der Rauch, ne, von daher. Und so. Ach, ma. Heute ist der 20. Sohn. Alter, der 20. Ach, du schon. Oh, mein Gott. Es tut mir verdammt leid. Ich hab grad nicht gemerkt, dass ich Pause gemacht habe. Auf jeden Fall. Ich hab nur gezeigt, fix, wegen hier... In der Review, also Stadt, Umfang und so weiter. Oder Dorf, Umfang, eher gesagt. Zu bisschen bin rumgeflogen. Alter, was ein Fail. Wirklich, wow. Das ist ja wirklich... Wirklich Hammer. Und ich weiß halt auch nicht, wo hab ich aufgehört zu reden. Oder wo ist dann der Cut entstanden. Deswegen, fuck. Ja. Auf jeden Fall, ich meinte... Ich meinte... Sorry. Auf jeden Fall, ich meinte noch dazu, dass ich nicht jeden Tag Zeit habe zum Zocken. Und nicht jeden Tag hier bauen kann und farmen kann und so weiter. Wegen meinem Privatleben, meine Arbeit, die ich habe privat. Also meine Ausbildung. Und weil ich noch in Warfana grinden muss. Deswegen kann ich jetzt nicht jeden Tag hier zocken, zocken, zocken und Sachen bauen, die extrem groß sind. Ja, das habe ich gesagt. Und wir brauchen eine Mobfarm. Und ich denke mal, die Mobfarm bauen wir dann da hinten irgendwo hin. Bestimmt. Weil die darf halt nicht zu nah dran sein. Aber halt auch nicht so extrem gigantisch weit weg. Ja, deswegen... Es ist halt so ein Teufelskreis, sag ich mal. Ich wollte hier erst vor ein paar Wochen noch da hinten hin bauen. Da ganz hinten. Aber das war ein bisschen zu nah dran gewesen. Weil jetzt hier auch der Bahnhof da vorne ist. Und ich da hinten auch irgendwann mal weiter bauen möchte. Oder ich mich erweitern will, eher gesagt. Genau. Hier könnte man eigentlich auch noch was hin bauen. Aber das Ding ist, durch die Eisenfarm da vorne können wir jetzt hier vorne nichts mehr hin bauen. Weil sonst die ganzen Eisengolems genau hier hin spahnen. Und das will ich halt nicht. Weil die haben so einen Radius von 16x16, glaube ich. Also Blöcken, nicht Chanks. Zu Glück. Das heißt, so ein Abstand vom Haus muss halt, ähm, ja, gegeben sein. Dann spawnen die halt im Haus. Und dann funktioniert die Eisenfarm nicht. Und die ganze Welt, um zu siedeln, wäre persönlich mir auch zu blöd. Von daher, ich lasse diesen Streifen hier frei. Und vielleicht kommen wir ein paar Blumen hin und so weiter. Aber wir werden sehen. Genau. Jetzt gerade sind wir bei 8,30 circa. Okay. Auf der Karte seht ihr ja, dass wir uns Richtung hierhin ausgebreitet haben. Aber es gibt noch verdammt viel Platz. Oh, Hilfe. Wo wir bauen könnten. Aber ich glaube nur mal... Ne, hier ist es jetzt... Also hier ist es jetzt... Ach, Mensch. Sorry. Das Haus ist jetzt fertig mit dem Kamin und so weiter. Hier gebaut am 20.08. Deswegen, sorry. Ich weiß halt nicht, wo ich den Cut gemacht habe. Ich habe nur gesehen, 6,23 glaube ich, von der Cut gewesen. Und ich weiß halt nicht, was ich da genau gesagt habe. Deswegen, äh, Fug. Genau. Ähm, hier war noch sehr viel Platz. Also hier war noch verdammt viel Platz zum Bauen. Also wirklich extrem viel Platz. Und ich habe mir gedacht, vielleicht könnte man Richtung Militär gehen. So ein bisschen mit Panzer, mit Bachtürmen, mit so einer Militärbasis, mit einem Flughafen, also mit einem Flugplatz. Und ich will unbedingt irgendwas in die Luft bauen. Ob es ein Flugzeug ist, ein Raumschiff und so weiter. Ich will auf jeden Fall sowas inbauen. Aber es fehlt auch noch rein theoretisch ein Lazarett oder ein Krankenhaus, sehr gesagt. Weil es nur Häuser inbauen wäre auch blöd, weil... Ich meine, wir haben jetzt ein Rathaus haben wir. Also wir haben jetzt ein Rathaus, ein Bahnhof, eine Steinfarm, zwei Zuckererfarmen, einen Superofen mit einer Bambusfarm obendrauf, ein Lagerhaus, ein Trading Hall, also sowas, ein Trading mit Lidgern halt. Und ja, das war es halt schon gewesen, sag ich mal. Und wir haben jetzt hier mein Haus, das Fischerhaus, da vorne das Haus, denn das Haus hier vorne sind schon vier Häuser. Warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau, wir haben jetzt fünf Deko-Häuser. Und der Rest ist halt alles mit Sinn. Also mit Sinn und für den Realismus gedacht. Weil, wie gesagt, der Rathaus und so weiter. Aber ich glaube, das war es auch schon. Ja, genau. Ja. Ich sag mal so. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Habt auch einen schönen Tag. Lasst gerne ein Like da. Bis zum nächsten Video. Haut da rein. Und ciao.